Hallo zusammen und willkommen zurück bei Subnautica. Ich hole mir jetzt Lubricant, weil wir brauchen eine neue Seamoth. Und jetzt geht das Geheule wieder los. Ne, natürlich nicht, ich habe mich erholt. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass uns das nicht nochmal passieren wird in dieser Folge. Zumindest. Und wenn ihr die Folge seht, dann bin ich ja im Moment gerade in Disneyland unterwegs. Yay, in Paris. Ich freue mich echt schon drauf. Ich glaube zwei reichen, ich nehme trotzdem noch mehr mit. Ne, ich nehme nicht mehr mit, weil ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Verflucht. Auf jeden Fall bin ich gerade wahrscheinlich irgendwo in Disneyland unterwegs. Und habe voll viel Spaß. Und ich nehme ja im Moment ganz, ganz viel auf, damit ich die Zeit überbrücke und nicht in eine Lücke hinterlasse. In eurem Herzen. Und in meinem Veröffentlichungsplan. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt noch ein paar Folgen jetzt aufnehmen werde. Und hoffe, dass ich in diesen Folgen mehr erreiche als auch schon. Lubricant. Okay. Reicht das schon? Ich hoffe. Simov? Simov, ich komme. Ich tauche hoch zu meiner kleinen Werkstatt. Und werde dafür sorgen, dass du wiedergeboren wirst. Nee, ich sehe das jetzt gar nicht, das Simov 2. Das ist dieselbe. Die ist wirklich wiedergeboren worden. Simov, hallo. Du bist so hübsch. Ich mag dich, Simov. Und du hast mir gefehlt. Fies wäre es, wenn er jetzt oben stehen würde, Simov 2. Aber nee, steht nicht drauf. Eigentlich wäre es auch cool. Simov, hallo. Du warst kurz weg, aber jetzt habe ich dich wieder. Und ich finde gerade meine Basis nicht. Ach da. Stimmt, wir wollen ja hier noch weitermachen. Habe ich jetzt noch genug Titanium? Moment. Ja, das müsste reichen. Das heißt, Moment. Du kommst auf die Taste 5. Okay, ich hoffe, das bietet genug Unterlage. Oder muss ich das irgendwie so machen, dass das nach unten geht und so ein Stützpfeiler dort ist? Ich probiere es einfach mal aus, auch wenn ich gerade etwas Angst habe. Titanium mal zwei brauche ich dafür, okay. Soll so sein. Ich hoffe, das wird funktionieren. Okay, ich brauche noch ein Titanium. Und wir haben ja die eine coole Höhle gefunden. Die war irgendwo da hinten, glaube ich. Oder dort. Irgendwo in die Richtung auf jeden Fall. Es gab einen Eingang. Moment, bin ich hier richtig? Nee, ich glaube nicht. Hab mich schon verschwommen. Da ist Tacosheim. Das heißt, es müsste mehr in die Richtung gewesen sein. Was hier? Das sieht mir irgendwie gerade richtig aus. Ich weiß nicht, warum. Aber ich könnte mich natürlich auch extrem täuschen. Da ist Quarz. Das brauche ich im Moment nicht. Nee, das wird, glaube ich, schon hier irgendwo gewesen sein. Was haben wir hier? Was bist du? Moment. Simov, okay. Hört auf zu heulen. Ich finde sie auch traurig. Irgendwo war ein Spalt und über den kommen wir rein. Aber wo war das? Ist meine Simov dort oder warum ist da Licht? Nee, da sind... Hä? Was leuchtet hier? Simov, bist du das? Wo ist die überhaupt? Wo ist meine Simov? Simov? Ach doch, das geht hier durch. So stark brennt sich das hier durch? Geil. Ich gehe mal in die Höhle. Wieder mal die letzten Worte eines Tauchers. Okay, was haben wir hier? Ganz viel Quarz. Brauche ich... Okay. Ich sehe irgendwo ein Fischstück gebraten werden möchte. Freiwillige vor. Da ist voll viel Quarz. Das muss ich mir merken. Und ich werde es natürlich vergessen oder nicht wiederfinden. Aber Quarz brauche ich im Moment gar keins. Ich brauche Titanium. Titanium, zeig dich. Oder wenigstens ein Fisch. Da ist was. Ja, Titanium. Was ist das? Du bist... Egal. Wie viel Platz habe ich? Mehr als genug. Das heißt, ich werde noch ein bisschen sammeln. Was eigentlich? Noch mehr Titanium. Ist, glaube ich, nie falsch. Das heißt, ich kehre kurz zurück zu meinem Schiff. Weil ich möchte jetzt diese Höhle wiederfinden. Die muss doch irgendwo hier in der Nähe sein. Irgendwo. Also, ich versuche mich nochmal zu orientieren. Meine Basis ist dort. Und wir kamen irgendwie... Wir kamen eigentlich von dieser Richtung. War das Meer dort drüben? Ist hier irgendwo der Spalt? Nee. Das war doch so eine Erhebung. Und dann sind wir... Direkt auf das Basenteil... Basenteil... Zugerast. Aber wo war das? War das hier? Nee, da ist auch nichts. Vielleicht da drüben. Da vielleicht. Moment. War es hier? Ich glaube, hier habe ich die Dinger fallen lassen. Ja, da ist sie. Geliebte kleine Höhle, ich habe dich vermisst. Titanium. Titanium. Und ich brauche immer noch was zum Ampfen. So viel Titanium. Ich liebe diese Höhle. Aber leider ist sie auch irgendwann leer. Da muss ich eine neue finden. Warte mal. Warte, warte. Warte, warte. So. Ich glaube, das war's, oder? Jopp. Höhle ist leer. Verdammt. Fischi, komm her. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. So. Und. Mampf. Dich werfe ich weg. Was haben wir da drin? Titanium. Ja. Ein Platz noch. Okay. Dann kehre ich zurück zu meiner geliebten Simoth. Mit der nie was passiert ist. Mit der nie was passiert ist. Da geht's immer gut. Stell euch mal vor, die wäre zerstört worden. Um Gottes Willen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Basis nicht wieder dem Untergang geweiht ist. Ich habe das Gefühl, ich muss das irgendwie nach unten erweitern. Dass es so einen Stützpfeiler gibt. Gleich wie dort. Wo. Äh. Da. Wo das Ding übrigens gerade genau in unser Solarpanel rein getrieben wurde. Ich hoffe, das Ding erzeugt das überhaupt noch Strom. Ich sehe die Linie nicht. Oder es ist gerade auf 50 wahrscheinlich deswegen. Oder auf 25. Je nachdem, wie viel Strom ich gerade habe oder brauche. So. Warte mal. Äh. So. Und. Okay, wir haben noch 3,8 Hüllenstärke. Und eins wurde jetzt abgezogen. Das heißt, es wirkt schon als Stütze. Okay. Was wollen wir denn machen? Ich wollte mal überprüfen, was das hier eigentlich macht. Batterie? Habe ich eine Batterie? Oder kann ich eine bauen? Nee. Dafür brauche ich die Pilze. Das möchte ich jetzt probieren. Einfach mal schauen, was es macht. Das heißt, ich gehe einmal Lubricant holen. Und Pilzchen. Au. Mann, das war mein Kopf. Eigentlich nicht. Das war mein Knie. Oh, ich habe nur einen Platz. Mist. Verdammt. Gar nichts, was ich. Was soll's? Quarz weg. Wir wissen ja jetzt, wo wir es bekommen. Und Pilze gibt es hier, glaube ich, sowieso keine. Die mögen die Gegend hier nicht. Das heißt, ich werde kurz mein Inventar etwas leeren. Und dann. Werden wir uns noch Pilze holen. Fuss-Pilze. Fuss-Pilze. So, ich glaube, das reicht. Nee, Moment. Ich kann noch das Ding hier reintun. Da habe ich sogar noch einen Pilz drin. Sehe ich gerade. Dann kreiere ich mal ein Lubricant. Ich schaue kurz, ob der Pilz noch gut ist. Oder ob der auch verfällt. Nee, der ist doch gut. Kann man noch essen. Sollte man zwar eher nicht, aber man könnte wahrscheinlich. Wenn es nicht anders geht. Sind da Pilze hier oben? Nein. Nein. Pilze. Pilze. Nicht zu erschüchtern. Da rollt einfach so ein Stein. Die Rolling Stones haben ein Konzert hier. Moment, da ist. Gepilz. Wart mal, wart mal, wart mal. So. Ich nehme gleich mal ganz viel von denen mit. Weil man braucht es ja doch öfter. Ich nehme gleich noch mehr mit. Und verfrachte sie dann direkt in meinen Schrank. Weil ich glaube, die verfolgen. Oh, nicht. Aua. Das war jetzt etwas vagemutig. So. Okay. Dann bauen wir mal eine... Ach, Kupfer. Da habe ich... Ne, das war Gold. Da ist Kupfer. Reicht eins oder brauche ich mehr? Ich nehme mal zur Sicherheit mehr mit. Da habe ich ja mehr als genug. Eine Batterie, bitte. Okay, was brauche ich jetzt noch dafür? Ich brauche noch Titanium. Und... Und... Es wird gebaut. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay, was bist du? Die Erklärung hilft mir nicht weiter. Kann ich das draußen ablegen oder ist das für drinnen? Ich lege das jetzt einfach mal hier irgendwo ab. Und sei hier. Ist das ein großer roter Knopf? Moment. Ach, das... Wie geil. Ich kann nur so eine Art Seestrecke, also eine Unterwasserstrecke machen. Das ist ja... Unfassbar geil. Ich kann nicht mal dagegen anschwimmen. Warte mal, ich schalte dich mal kurz aus. Ich nehme dich nochmal mit. Ich überlege gerade, wo es am geschicktesten wäre, das Ding zu platzieren. So auf einem Weg zwischen der Kapsel und unserer Basis? Das wäre wahrscheinlich gar nicht so falsch. Im Moment zumindest. Geht es eigentlich nach oben und unten auch? Kann ich es drehen? Nee, ich glaube, man kann es nicht drehen. Aber okay. Zeig mal, was du kannst. Ich steige mal in mein U-Boot. Und schwimme mal diesem Strom entlang. Und? Okay. Habe ich... Salz habe ich ja. Und Koralle habe ich ja eigentlich auch. Ich kann mir Wasser machen. Okay, da ist es vielleicht doch nicht so günstig. Gerade, wenn ich zurückkomme und dann genau dagegen schwimme. Obwohl, ich lasse es mal. Koralle habe ich, glaube ich, da reingetan. Ähm, nein. Habe ich es da reingetan? Da. Salz habe ich... Im anderen Schrank. Oh, verdammt voll. Das heißt, ich tue die Dinger mal alle da rein. Du bist eh die... Nee. Doch, das passt. So. Und ein köstliches Wässerchen für Taco. Äh, nee. Zuerst... Das da. Das da. Noch eins. Ein köstliches Wässerchen für Taco. Und noch eins. Und? Ich baue mir, glaube ich, noch einen Locker dahin. Obwohl, wohin am besten? Ich tue die Bank weg, weil die mich gerade irgendwie da stört. So. Stattdessen tue ich da jetzt hin. Ein Schränkchen. Verdammt Glas. Wir haben aber genug... Quar... Ich habe zwei Quarz. Ich dachte, ich hätte mehr. Ich habe tatsächlich nur zwei Quarz. Na gut. Aber es reicht, um noch einen Locker hinzubauen. Und zwar... Und zwar... Da. So. Ja, das passt schon. Dann befülle ich den auch mal, damit er gleich einen Zweck hat. So. Ich gehe mal kurz in unseren Gang, weil es so schön ist. Hi! Und als nächstes... Ähm... Was können wir hier eigentlich noch verbessern? Ich kann ja wahrscheinlich nicht beides upgraden. Nur entweder oder. Diamant. Keine Ahnung, wo man das bekommt. Die wollte ich ja auch nochmal upgraden. Und für den Computerchip benötige ich ja, glaube ich, zwei Batterien. Ne. Silber, Quarz. Und dieses rote Zeug. Das heißt, wir wissen ja, wo wir Silber herbekommen. Äh, Quarz. Ich habe keine Ahnung, wie viel Silber ich habe. Aber Quarz gibt es ja da hinten. Ich hoffe, ich finde es jetzt wieder. Aber bei meinem Glück schwimme ich jetzt gerade dran vorbei. Ne, das war irgendwo hier. Ne, war es nicht. Das war irgendwo da drüben. Ich glaube, da oben. Waren es die Höhlen? Gut, Müll. Glück. Da ist Quarz. Okay. Quarz. Quarz. Und noch viel mehr Quarz. Ich mag die Höhle. Die Höhle ist mir sympathisch. Und ich entleere die Höhle bis aufs Letzte. Ja, ja. Kein Stress. Ich habe ein Thermomesser. Und damit schnetzle ich mir schnell was zu essen, wenn ich draußen bin. Soll ich das? Was, da oben sind noch Steine? Titanium, okay. Ich lasse die mal hier liegen. Wir wissen ja, wo es ist. Das heißt, wenn wir wirklich Kupfer brauchen sollten, kann ich ja wieder herkommen. Okay, Fische. Wo seid ihr? Ich sehe den Schatten, aber ach, da oben. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Wart mal. Wart mal. Bist du daneben? Ähm. Da unten? Ist das dasselbe? Oder er hat mich gerade voll verarscht? So. Okay. Ich glaube, du warst das. Komm her. Komm her. Komm her. Keine Panik. Ich will dir nichts tun. Haha. Voll angelogen. Ich habe Lügen in diese Welt gebracht. Verdammt. Es war so eine schöne, reine Welt. Und ich sorge dafür, dass sie zur Hölle wird. Hey. So. Ich mamfe euch alle mal. Ähm. Weg mit dir. So. Und ich brauche noch die roten Korallen. Da. Perfekt. Okay. Simov, wo steckst du mal wieder? Da hinten. Da ist noch Quart. Und noch mehr. Ja. Oh. Inventar voll. Okay. Und ich brauche wohl alles. Und jetzt. Verbessern wir die Waffe. Weil dann können wir wieder mit einem Schuss alles vernichten. Gut. Vernichten tun wir es ja eigentlich nicht. Außer ich glaube. Eben wenn wir es gegen die Wand schleudern. Dann. Dann löst sich es ja in eine Blutpfütze auf. Ich würde das schon vernichten. Au. Au. War das gerade mein U-Boot? Was ist das da oben eigentlich? Ist das ein Hebel? Entschuldigung. Kann ich da was dran machen? Oder ist das eine Antenne? Ich habe keine Ahnung. Danke. Okay. Einmal. Ach Silber. Ich hoffe ich habe Silber. Habe ich Silber? Ein Silber hier. Warten wir. Ich tu mal davon was weg. Und da. Ich weiß nicht wie viel ich brauche. Ich glaube zwei müssen jetzt reichen. Okay. Computer Chip. Und ich möchte trotzdem mal versuchen die anderen Waffen auch zu bauen. Zum Beispiel. Ach ich habe die Terraforming noch gar nicht gebaut. Habe ich da das Fragment nicht mitgenommen? Ich dachte das schon. Terraforming. Bist du hier irgendwo? Ach ne. Ich bin ja gestorben. Wegen diesem verdammten Fisch. Das ganze Lithium habe ich auch verloren, als ich gesammelt habe. Oh Mann. Ist voll deprimierend. So deprimierend. Echt. Und das finde ich immer noch cool. Das heißt man könnte theoretisch dann so Abzweigungen so machen. Und so richtig so einen Unterwasserweg basteln. Was wollte ich denn jetzt machen? Eigentlich. Sonst habe ich alles. Hm. Wisst ihr was? Ich werde die Folge jetzt mal hier beenden. Und in der nächsten Folge. Da möchte ich mal versuchen in dieses Biom zu kommen. Wo wir die ganzen Moonbase Sachen bekommen. Also dieses Fragment was wir dafür brauchen. Und dafür müssen wir nach Süden. Und ich werde einfach in eine Richtung schwimmen. und davon ausgehen, dass es Süden ist. Ich bin so klug. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.